Einen wunderschönen guten Abend meine lieben Freunde, herzlich willkommen auf diesem neuen Video. Ich danke euch fürs Einschalten und wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Video. Ja Freunde, nachdem sich Mois mit Asche ein wenig gebiegt hatte, gab es natürlich ein wenig Unruhe zwischen dem Keller und dem Alpha Music Label. Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob es dieses Alpha Music Label als solches noch gibt, wie es damals es gab. Nach dem ganzen Spektakel mit Mois hat sich natürlich Asche auch von Kollegah getrennt. Also mittlerweile ist Kollegah ganz alleine in dem Label. In einem aktuellen Twitch-Livestream hat sich Mois über Kollegah ein wenig geäußert und hat natürlich jetzt gerade Props rausgegeben. Ja, Kollegah steht kurz vor dem Release zu Eltertape 5, kommt raus. Ah, zu Eltertape 5! Genug Euphorie meine Lieben, es geht jetzt weiter mit dem Video und wir hören uns gleich nochmal. Bis gleich! Zu Eltertape 5 muss ich echt sagen, freue ich mich schon. Zu Eltertape 5 freue ich mich unnormal. Vor allem, weil Kolle da auch alleine drauf ist und einfach jeder Song halt nur von Kolle ist, so in den alten Zeiten mäßig. Also ich habe schon Bock drauf. Ich weiß nicht, wie ihr das fühlt, aber ich habe das schon gefeiert, dass ihr das wieder macht. Was sagt ihr zu Eltertape 5? Freut ihr euch? Das ist halt so, das ist für mich weniger so Musik, Musik, das ist für mich eher so zuhören und oh, so meinte er die Line. Das ist krass, wisst ihr? Ich meine, so macht schon Spaß. So ein Album muss auch sein. Zu Eltertape mit Baba, ja, ja, doch. Ich freue mich auch, Digga. Das sind OG-Zeiten, safe. Sarah danke für 5,50. Sein Intro war auch schon geil, ja. War schon sehr geil. Zu Eltertape 4 war auch sehr krass. Und Kolle scheint wirklich im Moment eigentlich seine eigene Linie zu gehen und versucht als einzelner Kämpfer da durchzugehen. Ich finde auch, ganz ehrlich, persönlich gesagt, finde ich Kolle als Einzelgänger ist einfach eine One-Man-Show, kann man so sagen, ja. Also Erfolg hat auf jeden Fall an allen Punkten, wenn er allein etwas durchzieht. Da braucht man wirklich nicht viel aufzählen, Freunde. Das könnt ihr selber herausfinden auf wikipedia.de, Freunde. So, du hast ja das Video bis hierhin angeschaut, das bedeutet, du bist jetzt nicht weit davon entfernt. Meinen Kanal zu abonnieren und natürlich machst du das jetzt auch und du tust es jetzt auch. Aber nur, wenn du Bock hast. Peace, you know.